Da sind zwei. Vielleicht sollten wir dann lieber hier so hinten hin. Hätte ich kein Polizeirevier. Guck mal da hinten. Ja. Können wir da mal probieren. Heute läuft es irgendwie nicht so flüssig. Du merkst irgendwie an der Bildrate, dass die der Aare komisch ist an der Tür. Uzi ist hier noch eine grüne. Feldaufrüstung. Schofi. Warte mal hier sind doch Leute oder? Das war es nicht nur du. Hier sind Leute. Definitiv. Ja, hier ist doch einer drinnen. Ah, ok. Warte ein Teamwrap? Ich hab das jetzt ja nicht mitgekriegt. Hast du nur eine Platte? Ich hab ja nicht mal eine Platte. Ne, die hab ich mir drin gedrückt. Ich hab auch nur noch die von ihm da gehabt. Dann ist der grad da oben hier lang. Na. Herzschlagssensor. Klar. Geh mal hier hin. Ich geh hier drüben lang. Viel ist hier nicht ey. Hier ist auch nischt. Gehts denn hier hoch? Dann zeig eine Platte hier von. Ja schön. Legst du die hier hin? Okay. Oh, unser Kopfgeldziel ist da drüben. Das sind die beim Bunker in der anderen Seite. Hm. Oh, deine Mörder kommen übrigens näher. Ahja, ok. Da kommen sie mit einem Buggy angefahren. Mit einem Quad von der Richtung wo die Tankstätte ist. Ist nix auf dem Herzschlagsensor zu sehen. Da unten auf der Straße ist er. Shield break. Ja, Team ausgelöscht. Aber sind nicht die Verfolger gewesen? Ne. Ich glaube es sind die da drüben. Ah, glaub ich auch, wa? Ja. Ich hab mein Snipergewehr. Ich kann ja mal gucken, ob ich jemanden sehe. Ja, da sind sie. Ok, hab ich hier ne Chance. Aber er hat mich gesehen und ist ja gleich abgehauen in dem Moment. Ah, ich ändere mal meine Position. Irgendwo ist hier auch noch ne Kiste. Kommt man wahrscheinlich nur von oben auf. Jetzt kommen sie näher, glaub ich. Wo tatsächlich war. Wir sind im Kreis. Nicht alleine. Ich glaube die werden unten die Brücke langt laufen. Oder sind die nicht? Jetzt wird es jetzt das Gelb sogar nur noch. Gehts. Ja, einen trockenen Hals irgendwie. Ich geh hier drüben lang. Gut. Hm, ich sehe ja nichts. Totenste da. Ne, ich sehe ja nichts. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Oh Gott, so wenig erst. Scheiße. Hm. Nein, wir haben die Türs noch nicht gehört. Mit dem Scharfschützengewirr gefunden. Ich kann es nicht sehen. Ich habe auch gerade geguckt. Ich sehe sie nicht. Ich habe auch gerade in dem Haus drin. Da, ich habe mir gesehen. Irgendwo ist der Radweck hier. 500 Dollar fehlt uns noch. Haben wir hier wirklich nichts? Dann vielleicht noch irgendwas übersehen. Ich muss gleich ein Eck rausfahren. Na, eine Kiste war noch bei mir da hinten drauf, aber oben drauf war die halt. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Nur eine Leiter wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht gecheckt. Ihr habt vorhin auf dem Tankstellendach. Wo denn? Ja, warte, ich komme gerade zu. Das Tankstellendach war ich glücklich schon. Ich gucke gerade mal. Wo war denn das? Äh, hier, genau, da. Oben auf dem Dach. Muss da noch eine Kiste sein. Ach, hier ist eine Leiter. Da hast du die Leiter. Geh mal hoch. Ja, aber du hast die richtige Leiter. Von hier aus komm ich nimm mich da hoch. Ah, eine Strömung? Hm. Scheiße. Dann müssen wir wohl oder übel noch mal nach, nach Lamba gehen hier jetzt. Oder hier oben hin. Guck mal, die Feuerwehr. Guck mal, die Feuerwehr schon in den Zelten? Ja, oder die Feuerwehr, ja. Wenn, dann die Feuerwehr, ja. Gibt's hier nur ein Atem? Nee, das Zelt kommst du gar nicht rein. Das ist schon verarscht. Oh, da bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr sind sie auch. Ja. Ah, da wurde auf jeden Fall geschossen. Ah, hier geht's gleich rüber. Da kommt einer. Wo? Ja, irgendwo ist er. Oh, sehr gut. Ein Glück kannst du snipern, ey. Im Gegensatz zu mir. War Team, wa? Ja. Ja, war Team, wa? Ja. Den anderen an der Feuerwehr hat er ja wahrscheinlich getötet. Oh, die Lieferung. 180 Meter. Lass uns erstmal Richtung Feuerwehr gehen. Ja. Warte mal. Warte mal, wenn der Geld... Der hat genug Geld bei. Wir können uns... Wir können eigentlich jetzt gleich zurück und uns die Lieferung holen. Ja, dann machen wir das. Achso. Wir brauchen ja keine Hilfe von dir. Sehr gut. Na ja, stimmt. Hast schon genug. Ist der Shop hier drin? Nee. Nee, der ist hier... Oh, warte mal. Ah, hier ist er. Direkt da. Der hat eine Totenstille. Will das jemand haben? Naja, die suche. Jetzt werde ich aber nicht hinrennen, mit Sicherheit. Oh, komm schon. Achso, warte mal. Ich hole mir mal Platten. Ja, genau. Ich könnte auch noch welche gebrauchen. Ich hab dir mal mein Geld. Dann kannst du dir auch noch mal welche holen. Eine liegt jetzt hier noch, hier vorne. Ja, nehm ich mir. Ich hab noch einen Platten. Ja, perfekt. Okay, gut. Dann wird zumindest erstmal unsere Klasse. Position geht ja sogar. Ja. Wir können dann wahrscheinlich trotzdem zur Feuerwehr eher hin. Früher oder später. Okay, dann lass ich hin. Können wir eigentlich mal machen, weil hier gibt's ja nichts mehr. Nö. Ist halt so ein scheiß Thermalscope hier auf dem Scharfschützengewehr drauf, ey. Okay. Habe ich jetzt aber auch gehabt und ging ja ins Jude, muss ich sagen. Ja, okay. Tatsächlich mal. Aber, glaube ich, weil ich damit überhaupt schon mal hingetötet habe. Ah, hier ist ja ein bisschen mehr auch als die Feuerwehr. Ah, ja. Ah, ja. Ah, genau. Das wird der. Der wird den hier erledigt haben. Den ich dann erledigt habe. Ah, hinten sind auch schon die Scheiben kaputt gewesen. Da ist noch Muni in dem Haus. Will das jemand haben? Mh. Geh mal kurz auf den Turm. Komm, wir verzehren. Du hast ja sowieso schon zwei Abschüsse. Nicht schlecht. Aha, okay. Wie auch immer das. Hast du schon einen Gulag? Jute Frage. Ne, eigentlich nicht, ne. Ne. Oder? Ich wüsste nicht. Ist nur noch unsere Ausrüstungslieferung da, oder? Ah. Ach so. Na gut. Was Four acute. Stopped zusammen! Ja,500. ... ... ... ... Naja, wir müssen wahrscheinlich eher Richtung Westen weiter fahren. Schade, dass hier kein Auto mehr ist. Oder verschiebt sich noch einer Query. Könnte hoch sein, mal gucken. Könnte hoch sein, oder? Kicken wir mal. So frei wie die Ausrüstungslieferung ist, könnten wir wahrscheinlich so heran, dann könnte ich mir mal eine Karre holen. Ja, also, steht halt nur die Gefahr, dass da weggesniperten werden, aber im Fokus ist sie nicht unbedingt, die hier Lieferung jetzt, ne. Könnte mal, ne. Also einfach mal vorgehen und einfach mal gucken, was passiert. Achja, komm mit, komm mit, mal ein bisschen Risiko gehen hier. Das haben wir ja auch wirklich Glück und hier ist halt einfach wirklich die Kräger. Können wir ja vorne direkt in die Seite darin. Na, genau. Halt mal trotzdem im Moment Abstand, ich gehe ja erst mal ran, wenn wir jetzt schon so wieder davon müssen wir uns ja nicht dann nebeneinander unterhalten, passt hier, so, okay. Okay. War das jetzt richtig? Sehr gut. Fenster ist ja hier mehr als störend. Perfekt, komm gleich weiter, direkt in die Zone, damit wir ein bisschen Vorsprung haben. Mh. Mh. Komm mal hier hoch. Kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass hier inne ist, aber ein bisschen vorsichtig. Hast du noch den Erdstrengsensor? Ne. Okay. Ich denke mal, die Halle da vorne könnte gefährlich werden. Mh. Auf jeden Fall, ich würde mal einen Escape raus hier drinnen bewegen. Da steht auch schon ein Auto, ein gegnerisches. Huch, das war jetzt nicht meine Absicht, ich dachte, da ist kein Fenster drin. Ne, die ist auch noch mal die Totenstelle. Aber da oben, auf der Halle, auf der blauen, auf dem Dach. Echt so, da links? Eher links, aber der ist gerannt, also der kann doch schon wieder weg sein. Ja, da ist gerade inneren Rand, ich weiß nicht, ob das ein Mate ist oder ein Gegner. Mh. Ich habe gerade einen Shield Break, eine Benachrichtigung bekommen, also dass ich jemand ein Schild abgezogen habe. Ah ja, okay. Keine Ahnung. Das soll schon ewig her sein, oder? Ah. Ja. Ja, die sind auf jeden Fall da drinnen. Ja. Wir haben beide Totenstille. Ja. Okay. Ja, die werden natürlich auch von hinten jetzt gleich nachkommen, denk ich mal. Ja, guck schon mal. Kurze Ehe. 5 Minuten. Ja. 5 Minuten ist gut. Das reicht für einen Win. Machen wir 10 und dann ist gut. Ich habe keine Gasmaske, ich habe keine Selbstwehrbelegung. Wie in einem Friseur. Aber unsere ersten Win haben wir auch ohne geholt, Loic. Ja. 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 Ich sehe den nicht mehr. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, der ist in der Halle rin gerannt und ich glaube, der snipert da oben. Also wenn die wohl eher zusammen gehören oder der hat den abgeknallt. Oh, ich habe keine Schlüssel gehört. Oh, der kommt nicht. Ich bin vorher gefäscht. Scheiße. Ich überlege, ob wir hier hinten rausgehen und hier hin erstmal. Aber halt, na, haben wir auch ein bisschen mehr offenes Feld, als wenn wir links lang gehen. Ah, aber da müssen wir nicht an der scheiß Halle vorbei. Wir haben auch nur Totenstille. Ach ja, so macht das mal Spaß. Oh, sehr cool. Oh, ganz schön, wa? Na, da können wir ja jetzt rechts rum gehen eigentlich. Stimmt. Versuchen, auf die Hügel zu kommen. Ah, vielleicht hier so. Ja. Oder so, je nachdem wie hoch es ist, müssen wir uns mal vor Ort angucken. Na ja, ich gehe mal vor. Ich schau mal. Lagerhalle, vorsichtig. Mhm. Ich bin ja hier erstmal hinten an den Häusern rum. Ja. Das sieht ganz gut aus. Aber trotzdem noch eine Ecke. Mhm. Aber geht. Ach, du bist ja noch da hinten. Ja, ja, ne, alles gut. Alles gut. Alles gut. Du bist ja nicht mal besnipert oder so. Das ist ja krass. Ja. Wo ist er? Okay, ich hab da nicht gesehen. Haben sie nicht gesehen. Ein Zweierteam. Direkt vor mir. Sitzen an dem Wald. Hab ich nicht gesehen. Hätte ich auch nichts machen können. Ich bin vorsichtig, ey. Sind die denn jetzt auch da vorne? Oh nein, der hat mich doch gerade direkt gesehen, oder? Ich hab beide. Echt? Sehr gut, Robert. Sehr gut. Ich hoffe, ich schaff's. Beide mit dem Car weggesnipert. Vielleicht schaff ich's. Nee. Achso, die Linie ist schon im Gas. Mein ganzes Loadout war. Okay. Naja, ich brauch halt meinen Loadout denn auf jeden Fall. Also ich muss irgendwie dann zur Lieferung kommen. Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Also. Ohne Gegner. Müsst du jetzt nicht gleich ein Loadout kommen? 50 Sekunden da. Minimum noch. Ne, Alter. Genau. Wie weit ist denn das? Oh, Gottes Willen, ey. Da muss ich... Ich werd oben rumlaufen, ey. 30 Sekunden, ey. Mach mich los, ey. Na, das ist ja geil. Hier ist genau der König da an dem scheiß Loadout, Mann. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich riskiere es jetzt einfach, ja? Ja, ich versuche von außen zu kommen. Ich bin ja gar nicht. Doch. Oh, das war der Marke. Wie weit ist das? Oh, das war wohl. Wie weit ist das? Ich werde mir auf das Gerät mal zurückziehen. Ja, ich werde eher mit. Na komm, Bewegung. Ich kenne dieses Gebiet. Hier muss man einfach nur schnell weg, Alter. Weil sonst kommst du hier nicht hoch. Hier bist du sonst komplett verloren. Ich glaube, es ist bei mir schon längst so weit. Wo liegt denn der lang, Alter? Wo denn, Alter? Krass. Ich habe nur einen, aber... Kommst du hier nirgends so hoch, Alter. Total die Scheißposition. Das breitet sich aus. Rübergeil. Schlag. Krass. Wie gut, dass ich den erwischt habe, ey. Da war ein Zauber. Ah, die beiden fuhren auch da im Wald. Ich glaube, es ist selber erstaunt. Du bist unter den besten fünf. Hol dir den Sieg. Drei Gegner noch. Drei Gegner noch. Ein Zweier, ein Einer. Dem K könnte es richtig weit kommen. Mhm. Bist du nur gucken, wie die Zone jetzt... Können ja eigentlich nur irgendwo rechts von dir sein. Von da kommt keiner. Die sind rechts von dir. So, jetzt so, ja, so ein bisschen, ja, so da, genau, genau da lang, würde ich sagen. Was ist denn mit dem Stein hier hinten? Ey, hier vorne. Ich glaube, der könnte ganz gut sein. Aber hast du noch ein bisschen. Oh, du hast das nur noch mit dem Team zu tun. Zwei Leute jetzt nur noch. Jetzt musst du jetzt schnell reagieren wie eine Katze. Na gut, die werden rechts eher sein wahrscheinlich. Würde ich sagen. Muss ich vermuten jetzt. Das Gas kommt! Links, war er. Links, war er. Da. Da laufen sie. Genau. Bisschen weiter rechts. Da geradezu. Feindlicher Präzisionsfluchtschlag in Deckung.